Da sind wir wieder, Freunde. Herzlich willkommen beim neuen Part. Let's get a Platin. Das war verkehrt. Platin. Das lohnt sich nicht. This is in Screen 4 Black Flag. Man, da weiter, wo wir aufgehört haben. Oh, hinter mir ist hier ziemlich viel Party. Warum ist da so viel Party? Das lohnt sich nicht, Stoff. Stoff brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich brauche Holz und Metall, sowas hier. Ich hab was gefunden, Freunde. Aber ich warte mich gerade. Wie will die mal herkommen? Den hatte ich schon untersucht. Den hol ich mir gleich. Der hat viel, das ist so ein typisches Geld. Schiff. Schiff. Hier wurden den Bränd gesteckt. Die Segel ein, da können Sie langen. Feuer! 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 Zack, 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 zack. Und reicht's? Ja. Gut. Das Volker machen doch eh nichts. Wir haben nicht mal mehr gute Fracht oder sowas. Lass mir die Eisen schmacken. So, die Gegnerische Crew töten. Ja, für 110 Metall oder so. Und 10 Gegner töten. Gut, ist halt ne Fregatte, ne? Äh, ein Schola. Oder doch Fregatte. Ne, ne Brick ist das. Brick. Oh Gott. Um Himmels Willen. Was ist denn hier? Boah, den hab ich getroffen. Der ist weggeflogen. Oh, ich hab nur Fäuste ausgerüstet. Warum? Zack. Zack, zack. Ey, was ist denn los hier? Zack, 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 zack. Geh mal mit. Was ist denn los hier? Danke. Was haben wir denn hier? Bekanntheitsgrad machen wir weg? Und dann. Ach komm. Ich bin das nur zu gewohnt von der Playstation 4 Version. Holzstoff, Holzstoff, Holzstoff. Mann, das Geld eben, das Geldschiff. Das war da hinten, ja. Holzstoff, Holzstoff, muss da hinten. Holz, Zucker. Nehme ich auch mit. Holz brauche ich auch. Nehme ich mit. Auch ne Brick? Ne. Nehme ich mit dem Angriff. Ich glaub, ich lass mal wieder mein Schiff reparieren. Nein. Puh. Pulverreserven. Das hat aber, dann komm ich nicht hin, ja. Jetzt komm ich wahrscheinlich nicht hin. Da hinzuschießen, da waren grad zu viele. Dieser Vorfahr. Keine Hostiere oder Zivilisten. Hä? Jetzt komm ich jetzt weg, durch. Ich mach hier oben. Ich muss ja gleich was kaputt machen hier. Und? Ach, schade. Yes. 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 Wieder was reparieren hier. Kann ja wohl nicht sein. Mal rufen's noch weiter um. Achtung, wir stoßen zusammen! Mal hier. Boah. Hui. Hui. Huiuiuiui. Aber ich glaub ich nehm das hier erstmal. Wie viel hat das nochmal? 150 rum ey. Boah. Das ist ein Kriegsschiff. Herr Segelmänner! Das ist ein Kriegsschiff. Vielleicht entdeck hier noch so ein Königskonvoi. Das auch? Was ist los hier, Freunde? So knifflig wahrscheinlich. Vergreif ich mich doch erstmal an dem hier. Da ist nämlich grad, der ist so schön alleine. Oh, Captain Baker, how do you destroy your car? No. Oh, hoi, no. Oh, doch nicht. Oh, doch nicht. Da, wo da hinten. Uninteressant für mich. Da, wo da hinten. Oh, hoi, no. 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 Und das, was zum Rappunieren seht ist. Hinten rechts. Die sind natürlich nicht so pralle. Feuer! Oh, gut, jetzt geht's los. Jetzt fangen sie an zu schießen. Wir sind verschädigt. Feuer! Aber die kleinen Dinge halt. No, ein Feuer! 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 Das war schwach. Feindliches Feuer! 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 Kriegsschiff nehm ich mit. Abgehe der Repeater. Hmm. Komm ich irgendwie nicht hoch ne. Schwach. Aufs gehts würde ich sagen. Was war nix los? Warte ich mich grad ein bisschen buggy. Buggy der Clown. Hohohoho. Zack. 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 Au. Was willst du denn hier? Zack. Zack. Was ist jetzt hier? Sieh. Klitschi klitschi. Ein paar Kundschafter töten. Ernsthaft? Ist grad hier ein bisschen komisch. Also nicht irgendwie zufriedenstellend finde ich grad. Tschüss. Crew kämpft weiter. Ihr schafft das. Nicht umsonst seid ihr meiner Crew. Das war wohl nötig, dass ich den jetzt noch verloren hab. Das war ein bisschen unnötig. Ich denk mal, ihr wisst warum. Geil. Guck mal Freunde. Schon allein dafür bekomme ich 3.250. Den mach ich als nächstes. Feuer. 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 Achte die Hauptsegel. Sieh ich die wollen mich ran. Feuer. Feuer. damit geht das? Ja, auf einmal, ne? Dann tue ich da, da tue ich jetzt wahrscheinlich reparieren machen, bei dem anderen dann, kann der jetzt gerade verringern. Können wir jetzt ausweichen. Piu, piu. Okay. Kommt, Drew. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nehmen wir den noch vor. Ach, immer diese Kombo, oh die, g-g-g-g-g-kombo-Breaker. Boah, hier fett, ich hab das für dich. Das ist auch nicht schlecht, 150 Metall. Ich glaube, ich tue meinem Schiff was Gutes hiermit. So, ach, wohl. Oh, gut, ich das machen. Brauche ich eigentlich gar nicht. Holz und Stoff, naja, Stoff kann ich vielleicht nochmal gebrauchen. Feuer! Ja, ha, 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 ha. Macht euch bereit! Ich glaub, das tue ich dafür nicht extra entern. Das würde mir alles ein bisschen zu lang dauern. Feuer! Das mache ich jetzt mal so. Jetzt haben wir halt ein bisschen Zeug noch ein. Den nehme ich auch mit, das brauche ich nämlich. So und dann würde ich sagen, reisen wir erstmal nach Charlotte. Nach Charlotte. Moment anders hinsetzen. Dann machen wir Schatzkartensuche. Habe ich gerade mal richtig Bock drauf. Und davon kriege ich auch noch ein bisschen Geld. Plus die Pläne. Plus die Pläne. So, ist die nicht verfügbar, das ist mir schon fast klar gewesen. Gebe ich dir erstmal ein bisschen Zaster. Stellen wir das mal her, dass der Ruhe gibt. Okay. Jäger brauche ich auch noch. Roter Brüllaffenpelz. Der sieht, der hockt irgendwie so, ne? Ich glaube mal, ob ich den hier irgendwo finde. Der hockt irgendwie so in Richtung rechts. Nee, der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Nö. Nö. Ich dachte gerade, ich habe so ausgesumt, dachte, was ist das denn hier bei dem Affe? Oh Mann. Was gucke ich mir das denn an? Auf gar keinen Fall. Nö. Gar kein Tier. Okay. Warum? Nö. Auch kein Tier. Tatsache, auch kein Tier. Nö. 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 Auch kein Tier. Nö. Ö. Nö. 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 Aber da gibt es auch kein Tier. Ernsthaft? Nö. 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 Das ist eindeutig hier. Ach, das war damals, wo ich auch schon so lange gesucht habe, ne? Boah, wo war das nochmal? Ich habe, glaube ich, gesehen bei meinem Bruder, wo der das... Also der hat das nicht gefunden, aber der hat diesen Tempel da, diesen... Was da abgebildet ist. Hat er ja gesehen. Mal sehen, ob ich ihn auf Ani finde. Oh Gott. Muss ich jetzt extra hochklettern oder was? Palme, Bäume. Können wir das vielleicht da oben auch gemeint haben? Ich kletter mal da hoch, jetzt einfach mal, weil ich lustig bin. Aber was ist denn das da hinten? Das ist irgendwie so ein Totem, oder? Ganz rechts oben. Was sieht man noch? Irgendwie ein Becken? Soll das dann ein Weg sein, oder was soll das dann sein? Erstmal auch klettern da. Dann los geht's. Ab geht's. Ach, da geht's nicht hoch. Hier geht's hoch. Gut. Ne? Er will nicht. Doch, da will er aber. Schön. So, ist das der Tempel jetzt hier? Dann müsste... Das ist das... Wenn das der Tempel sein könnte. Da ist so eine kleine Höhle. Das sehe ich ein. Hier ist der Bach. Ah. Oho. Da hinten irgendwo. Ja. Gut. Das ging doch schneller als erwartet. Um ehrlich zu sein. Open the chill-up. Zack. Ein Plan. Vier Stück fehlen noch. Eins. Zwei. Drei. Oh, eins fehlt. Hm. Gut. Mach ich aber erstmal hier. Pelés. Pulverfässer. Vier, sieben, neun, vier, acht, sieben. Vier, sieben, neun, vier, acht, sieben. Vier. Sieben, neun. Vier, acht, vier. Bestimmt hier in so eine Schmugglerhülle muss ich rein. Aie, 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 aie. Aie, aie, aie. Wolle mal. Ab geht's. Hab ich vielleicht irgendwo ne Leiche übersehen? Weil alle Tavernen hab ich ja freigeschaltet. So, dann mach mal. Ich stehe so unter Wasser wett. Oh, da war ein Segel. Au. Da unten ist ein Aal. Oder Melugano oder Melagune oder wie man die auch nennt. So. Und. Na, das ist gut. Will ich mal gucken? Zack, den mal umgehauen, oh, wo ist das denn, irgendwie vom Ausgang oder? Oder? Kann das wirklich nötigen hier sein? Passt. Ich glaube, das da oben soll der Ausgang darstellen. Der ist ja bekannterweise hier. Ich muss jetzt erstmal platt machen, das burgt mich. Ich persönlich burgt das. Hoppla. Zack. So, dann gucken wir nochmal. Das ist bestimmt ne Treppe. Rechtes Wasser. Ne, hier nicht. Ne, ich muss jetzt mal in die Richtung. Hm. Vielleicht doch hier irgendwo. Ich bin mir auch nicht so ganz klar. Jetzt muss da irgendwie. Ne, hier ist auch nichts. Gehe ich einfach mal hier hoch jetzt? Ja. Hier. Ah. Gefunden. Okay. Gut. Danke. Nächste ist 579. 7205. 579. Oh Gott, was war das? Hier war das doch. Okay, Freunde, mach ich mal einen Cut. Mal auf diesem Stand nächsten Band. Das heißt, let's get a Paladin. Das heißt, das ist Creed 4. Black Flag. Euer Neurinier ist Outlast und dritten Schritt. Yes, Sir. Das heißt, das war's. Das war's. Das war's. Wie geht es? Wie geht es? Man. formerly einem? car von 154. Inno었々? überf получить.